wenn ich sammeln könnte hier mit dem nichts die rolle kunst und verleichen Wunderlich wird getötet, wo die alle drei Sörter Denkmal von Rook Sörter Sörter Datapad Akuls Befehl Die Datapad erhält Befehle von Askul Dem Anführer der Sörter auf Dantooine Rook ist alleine in der Enklave Ich will diesen Jedi haben, leben Bringt ihn mir, bringt ihn in unseren Schlupfwinkel In der Kinraaf Höhle Von dort fliegen wir nach Shadar aus Dann gibt es ein fettes Kopfgeld Okay, die sind einfach nur für Kopfgeld aus von Rook Aber egal Ich glaube, Goto würde auch mit ihm wissen, diskutieren Wäre auch interessant, statt Mio zu mitten zu nehmen Aber man kann ja nichts wissen Ah, man kann nicht alles wissen hier Wer mit wem möglicherweise quatschen könnte Irgendwann um quasi Bonus-Dialog zu bekommen Aber ich weiß ja, wer quasi die Hologon geklaut hat Oder die größten Sachen davon Da war die, wie gesagt, die Dino-Runde gewesen Grutortruide Okay Äh, gut, das spinnt Aber wieder so'n Zerstörter Droide Das da Zerstörter Droide Okay Zerstörter Droide das ist hier großer spinnt wir wussten wir sind auf charisma plus zwei kette schauen ok hier natürlich ich war aktuell 40 schaden ja jetzt wird ein anderer mitnehmen würde würde weniger schaden machen aber ich muss sicherlich mein kristall mitnehmen geschicklichkeit 3 ok helle seite 6 plus 6 gegen dunkle seite oh cool schadensbonus 3 plus verschenken helle seite geschicklichkeit 3 stärke 3 weissheit 4 ist natürlich auch ordentlich wenn ich noch hier bekommen könnte das hier ob wir jetzt mehr schauen nein weniger also muss man so gut mal sehen was passiert ich mach das hier mit 6 bis 40 schaden plus 3 gegen dunkle seite kann nur ein jedi des lichts benutzt werden das wäre auch interessant das zu nehmen und das hier schauen ist schwächer das ist viel zu schwach die ulti perle macht keinen sinn das zu gehen ich glaube wie geht das jetzt hier mal gucken was ich hier bekomme defense weniger schadensbonus ja ich bleibe bei schadensbonus hier mit stürmütter bleibt 1 bis 3 elektrisch 4 bis 40 ok bleibt damit neig mehr schauen das bauen wir zusammen da wurden dort hier von irgendwie nicht manuelische platte wird sie jetzt dabei hat irgendwie nicht doppel lichtschwert und ihr haben wir hier mit einem grün lichtschwert überhaupt ein bisschen farbunterschied hier sie soll dass da belastet wäre es mir scheiß egal ich gebe ihr das hier die cv defense die ulti perle andere tino plus fünf der obi die kreis die bieten zusammen fusioniere wird besser wird fünf schaden ich bin verbinde das glaube ich wusste gar nicht so funktioniert auch funktionieren könnte und so hat sie relativ viel schon was schönes hier für sie ist nix ist nix und das hier die panzerung lassen wir ich werde mal was zerlegen betrachten wir unser ding bums waffen also energie stäbe exit hier exchange navigator schalterdämpfer nein das ist mehr wert ja das wird mal kurz lassen wir brauchen nicht plasmabrenner schon wieder den lassen wir weil es einen speziellen namen hat und lassen brauchen wir eigentlich auch nicht weil es bringt nichts mehr also wir haben eigentlich ihn ausgerüstet der ausgerüstet werden kann also wird verbessert musste auslösen klinge ist es nicht ein kurz klingeln von hier eingesetzt okay wir gehen ein mit die probleme weg doppelklinge klinge 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 weg klinge weg wo er sich wert kommt weil die wert ist ja jetzt liegen nichts last absolute weg mini laser weg vollstrecke ich und also alle wird diese wurde verbessert ok erstmal weg machen äh Disruptor Madonai Ripper Sif Disruptor äh warum soll ich das mitnehmen Betreibernskarabiner das kann ich weghauen kein weghauen weghauen Deportierplaster Plastergewehr Plastergewehr ähm ich hab quasi eben schon eine Sache Tabisamin Klinge kann man auch nicht mit Beil Machtlanze lassen wir nochmal Rom dunkle Jedi weg damit Badawan Jedi Ritter das da weg gefeiner grauer Jedi äh ne grauer Jedi nur alles vergetoppelt habe kann weg ich denke mal bringt eh nix mehr die Beilte jetzt ist ja unnötig äh weg äh noch irgendwas doppelt sehe ein Weg davon ja ich verkaufe jetzt alles was doppeltes jetzt hier ich hab keine Bock zu nachfügen was wertvoll was echt wertvoll ist ich hab voll jetzt kein Bock was halt noch doppelt hier das da echt 1000 ne gut weg damit die Schilde wow die Schilde allgemein nutze ich überhaupt nicht äh das kann weg das kann beide weg ähm das könnte man auch nutzen das ist cool aber unnötig glaube ich alles weg hinweg unität das kann noch bleiben äh thermoschnalle weg ja alles weg das weg das weg das weg gebraucht werden eine Panzerung kann weg ja ja es ist so nervig glaube ich muss immer noch den drühen noch mal spielen glaube ich in einer Sache Kleidung Kleidung Mira nein das ist nur für sie Tarnung Tarnung was ist das mit Tarnung Tarnung ist ein einser das ich überhaupt nicht nutzen werde vielleicht doch lass ich nur meins äh das weg Geschwindigkeit äh dann brauchen wir das ja weg damit 0 benutzbar ja gut das kann alles bleiben und äh das wird auch erstmal das kann wir erstellen vom Lichtschwert ja jemand der besser ist hier du kannst dir was andenken oder ja du kannst was kaufen was machen so nicht das ist gut das ist wirklich gut guck du können bis zu 28 das hier wäre gut was ich machen könnte ähm Computerkenntnisse 28 28 muss ich merken hier kurz ich glaube nächstes Level kriege ich den machen oder irgendwann jetzt kriege ich das hier machen mal drei davon Blasterabwehr ist für mich uninteressant was gibt es denn Vorteil da was oder hier das ich betäuben kann oder was 25% SK10 hier 25% bei SK14 ein Geld machen betäuben was ist denn hier KG-1 Defense ich habe eine hohe Chance um dies verlangsamen ok vorstiegs mit der das löstert bekommen kann schauen auch mal drei blaster 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 abwehr das war eins machen aber bringt mir eh nix die wir haben keine bonus uiuiuiuiuiuiuiuiui und hier ist das ist das hier bewusstsein ist so wenig blaster für 3 plus angriff chance ok könnte nützlich könnte nützlich sein warum sollte ich das mitnehmen und jetzt ist das hier eine nur über die interessante drüge brüchte bürster rakete kalbert art plasma rakete cool mag ich mal für sie zehn stück also geht von 10 10 stück machen das war dann weil das eine gewusstung machen könnte ich glaube das wäre interessant jetzt noch mal panzergewebe das sind ja immobilität attribut schauen schon mächtig das hier fernkampf fernkämpf darüber reparieren mehr wieder kenntnisse mehr sicherheit das hier sprengstoff ich habe viele auch viele fernkämpft juts die wir gerne haben aber computerkenntnisse sind wir problem aktuell ist hier zwei heute mal abweltrunde hier ja gut wie wenn es jetzt abquellen hier was ich gemacht habe 1 bis 8 hatte vorher das hier habt 6 bis 42 also ich habe schon viel mehr das zeigt noch hier 2 elektrisch ist weniger bleibt bei der anderen wieder und hier wenn langsamer nur kittige und die fans weniger auch das hier 10 gab es knapp 50 schaden mai getze natürlich geil gebe ich hier noch was wir haben ja die fans selbstverständlich von mir aus können sie das hier haben 11 bis sie denn sie das hier noch dazu also sie hat ordentlich eine ordentliche versteckung gekommen dadurch nein hier es mag eins und kriegst du das hier 10 bis ich habe jetzt ein letztes gucken ob es besser gibt ja damit reicht erstmal ähm computerkontrollfeld zugruf auf log dateien öffne arbeitslog anzeigen seite 1 von 3 aufgabe haaah scherzter unglaublich dass die shaker corporation derart fehlerhafte protokolltruinen ausliefert alle modelle die wir letzten monat bestellt haben sind heiß gelaufen und durchgebrannt die shaker vertreter behaupten zwar sie wären für klimatisierte umgebung wie raumschiffe konsumiert aber das kaufe ich ihnen nicht ab das problem dass sich die energiezelle der neuen modelle zu heiß werden und der ausgangsmodulator direkt neben der energiezelle sitzt sobald sie zu heiß wird brennt er durch ohne ausgangsmodulator muss der drüde natürlich nur leicht schubsen damit er los geht wie eine feuerwerk am tag der publik jetzt darf ich mich mit der shaker idioten herum ärgern damit wir den defekten drüden ersetzt bekommen ähm ich habe die neuen protokolldrüden einsweilig abgeschalten äh einsweilig abgeschalten dann werden damit es nicht mehr unfälle gibt ok frühe arbeitslok abspielen äh greife auf hobkobier zu verbindung gescheitert ok was kann ich noch hier machen dann kann ich noch mal reaktivieren wo sind sie jetzt ja sein feind die tür er hat nur ein bisschen schaden macht hier hallo ist das doch wird wir jetzt hier alle dank während und schön naturlos naja mal sehen wird der macht noch oder schrottsammler du findest das testament des schrottsammlers er hat seinen besitz dem anderen toten schrottsammler vermacht den du gefunden hast er dir sicher sehr den lächeln von dem testament der schrottsammler interessiert du hast das testament manipuliert und die auf dich durchschrieben lassen könnte jetzt den wille ändern dass ich das bekomme und den wille nicht ändern dass ich das nicht bekomme ach mir ist das ideal oder als böse im aktuellen sehen ich erinnere mich ich bin egoistisch aber wie der zufall bist du entweder ich mache die fälschung weil sie macht die fälschung das ist klar kann mir keiner weiß machen dass sie nicht fälschen wird dann dürfen wir die tür ich werde hundertprozentig dass dass sie fälschen wird ist da draußen jemand hier sind überall ich bin hier eingeschlossen es sind noch einige lyrics übrig ich halte das nicht mehr aus macht den weg frei und kommt zurück bitte na gut da war letzte da gibt es noch ein gebiet anscheinend nichts mehr und lade unten ist übrig seid ihr das ich dachte ich hätte etwas gehört ist es schon sicher bei dir joran ja ja der bin ich ich habe die tür hier abgesperrt ich dachte schon ich ende als lelgrek menü habt ihr sie erledigt fremder es sind nein die tür öffnen das könnte ich aber solange diese biester noch da draußen sind bleibe ich hier die lebe ist alle tot dann müsst ihr ein verdammt guter blaster schütze sein moment ich habe die tür ein bisschen verklemmt geht bloß nicht weg danke für die rettung ich dachte schon die legex würden mich fressen ihr habt so wohl ein schand schad haften was weiß ich denn von feuchtigkeitsvaporatoren ich habe ihm gesagt dass ich nicht weiß ob er funktioniert wie sie denn lügen ist eine lügnerin können wir bitte später darüber reden wenn wir nicht gefahr laufen von lelgrex gefressen zu werden nein wir werden jetzt aber tut mir leid ich muss gehen ihr findet mich im lager der schrottsammler ihr wollt mich von weg laufen dann lassen gehen wir töten gar keinen der nicht nötig hat gibt es ja nur noch den langer raum was wir plündern könnten aber erstmal gehen wir kurz mal hin und rotulieren wir nach die unklave wie geht liebe die biet die unklave wie geht liebe die biet das stimmt ja hier kann man nicht öffnen sondern ich muss der terminal ich glaube an der terminal dazu bringen zu öffnen ich werde mal kurz solomus erstellen und sie davor schicken der hintergrund wenn alles hier explodiert kann ich hier auch sterben äh kann ich hier sterben reparieren bei ihr konzert alt weniger weit machen würde äh zug auf lockdateien grunddateien verlust klug auf systemfehler gefehl bescheitert lokale besteuerung kann nur optimale überladen na los machen wir zurzeit oder erst mal gleich machen wir zurzeit wir speichern vorher und dann dann geht es hier ab 30 sekunden bitte 30 sekunden bitte defekt in dem